Musik 30 Sekunden, Ben Conning Ey Astronautsreporter, feels good 2 Minutes, 25 Sekunden Ey Uh Fee, five, four, nothing to a job So was Burschen, wir sind wieder back Und wir befinden uns wieder in der Darks Factory Heute mit einem ganz speziellen Projekt Alle haben es sich gewünscht und der Doronda gehört einmal aufbaut Der Doronda, der Doronda, 7000 Euro Der Doronda Investment, Dax, was ist passiert mit dem 7000 Euro, der Doronda Investment? Also wildes Projekt Dax, ich tue gleich die Kamera Schwenken, ich interview dich jetzt so schnell einmal Und zwar Dax, was ist da alles am Werk? Da ist ja ziemlich viel Es ist auch die Blog da, auch die Gehäuse Ja, du hast ja schon gesagt Du hast da etwas anderes geplant Also nicht schlicht Doronda, sondern mit Langhub Mit Langhub Das heißt Äh Wir messen bei einem Zylinder ein wenig was wegnehmen Einmal Einmal Was ist das So, da sind die Hetzter, jetzt höre ich mal die Leute, dass da Orges passieren wird. Und da kommt auch eine programmierbare Zündung hinein, dann haben wir einen Anschluss und den Zündkuchen können wir auch noch abschalten. Was haben wir denn da schon wieder? Der Hund bestellt und bestellt und bestellt. Wir können das anteasern, eine gute Basis, eine gute Basis heißt Adi, der muss her. Also noch ein Adi Motorblock. Zweiter Adi Motorblock, da drüben ist einer. Da haben wir einen zweiten. Alter! Was ist denn das schon wieder? H-T-H-T-H-T! H-T-H-T-H-T! Zeig das einmal her. Warum hat das so viele Schrauben da vorn drauf. Weil das ganze Blubradrasch die Wolzen hat. Das sind die normalen. Das sind die extra. Ja. Da gibt es die Blöten dazu. Ah, der passt sonst gar nicht eigentlich. Sonst passt das gar nicht. Ja, stark, stark, stark. Und für was für ein Projekt ist das? Projekt Zebra. Das kommt erst in anderthalb Monaten. Jetzt gehen wir weiter. Ja. Okay. Ich muss nicht raden lassen. Prost. Prost. Prostes Projekt. Was sind wir mit dem? Prost. Prost? Prost. Da haben wir einen Raum zusammen. Hier oder? Richtiges Projekt? Ja, ist es richtig. Ich gebe schon gar nicht was von anderen Projekten. Prost. Prost. Schrei und Schrei. Nein. Prost. Cool. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.